Ah, du hast ein richtiger Pass, was ist da? Positionen einhalten! Ohne Stoßen, ohne Stoßen. Die Mitte machen wir dicht, haben wir gesagt, oder? Ruhig, ruhig! Nee, jetzt mach ruhig! Warum Ehren? Ehren, Ball unter Kontrolle, ruhig! Stefan zum Ball! Andere Seite! Andere Seite, Alicandro! Er macht nix, aber... Mitte zu machen! Ball am Boden! Halt! Halt! Verspült euch miteinander! Stefan, wir auf andere Seite! Schneller! Jawoll! Halt! Stefan! Boah! Das ist ja auch nur kein Stefan zu spielen! Aleksandro, Aleksandro! Das nächste Mal krächsten! Halt! 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 Was haben wir gesagt? Nicht so weit draußen! In die Mitte rein! Ja, machen wir in den Mittenzug! Achtung! Achtung, Achtung, Jungs! Achtung, konzentriert euch, schauen, Lukas, konzentriert dich, Körperspannung, komm, brauchst du nicht, komm, Körperspannung. Sechs oder sieben? Sechs. Ich glaube, sechs, schau, fünf, Pause war ja fünf. Achtung, super, Stefan. Pause waren wir sechs. Sechs, dann sind sie mehr. War noch da, war noch da, war noch da, Körperspannung, Körperspannung. War noch da, war noch da, Körperspannung. Ja, super. Schaut, andere Säte. Ja, kommt, mitmachen. Spielen. Ja, ja. Ja, ihr wachst, ist doch gut. Super. Ja, sehr gut. Hey, 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 Alexandros, warte. Sprech, bis du nach vorne gehst, zurück. Sprech, super. Du musst ihren Flächen gehen. Die Teile vorne, sonst schnell bleiben. Alles drauf, die Brutzsuchtung gehören. Milen, jawohl. Und schon eine Tamja, genau. Ja, und alle kann. Ja, mach's der Lauf, aber das ist keiner. Ja, mach's alleine. Alleine das nächste Mal. Damian, damian. Mach ihn alleine. Eichando, vielleicht was Stück, was früher schon heimt, sind in die Mitte. Sonst war's gut, okay? Einer noch. Halt dich. War gestreckt, da geht's schon Position. Geht's, halt jetzt? Achtung, schau mal wieder. Gegen Spieler schauen. Hey, na Damian, du bist links mittelfeld, aber ach du. Hier renn, hier renn. Sehst du den Lukas? Lukas. Lukas, Lukas, komm raus aus dem Pass. Jakob, Nachbar! Moritz! Moritz! Alles gut! Hallo! Brille! Na voll! Geht schon, macht das Brett! Der Lukas macht den Freistauch! Brett machen! Niko, hinterhin! Einer kommt! Wir lassen den Kommand! Lukas, vielleicht der Walde sicherer gewesen. Einer! Einer hin! Einer hin! Einer! Jungs, ihr stellt sich selber im Spiel. Kein, nicht so weit! Du guck dich noch zu! Ja, annehmen! Daniel hilft da hinten! Daniel hilft der hinten! Hey, wir kommen schon wieder... ...denn... ...und jetzt hügelen wieder! Einer drauf! Einer nur! Einer nur! Abwecken und loslassen! Brauchen wir nicht mehr! Wir laufen durch! Wir laufen durch! Fallen lassen! Fallen lassen! Zucker, Körperspannung! Brauch drauf! Kech, Dami! Nicht annehmen lassen! Aber noch nicht ganz draußen! Komm! Da muss ich was ausspüchen! Hier! Bewege! Genau, drüber! Ja, passt! Ja, und jetzt gehen wir! Andere Seite ist das... Ja! Ja! Jungs, dreht's wieder nach! Ja, da muss ich nicht verhören! Das geht gar nicht! Der Ruhe steckt auf! Hey! Lungs! He! Lungs! Aleksander, zum Ball! Nicht an Ball! Wir gehen ja zu viert! Warum? Lungs was macht die da? Damian, springe im Ball. Vielen Dank. Alexander, warum spielst du nicht? Warum spielst du nicht den Ball? Spiel den Ball! Ja genau. Lukas, schau wo der Ball ist! Lukas, schau wo der Ball ist! Andere Seite! Lukas, komm! Lukas, komm! Superphase! Superphase! Jetzt, jetzt! Ruhig, ruhig, Zeit haben wir! Bewege, komm! Ja genau! Mach dich, Stefan! Lukas! Komm, ein Stückchen, komm! Wie mit dir? Ja genau, so, ja! Acht! Acht! Frittan! Wie lange haben wir schon gespielt, Zweite? Ich möchte, scharfe Fehler! Acht! 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 Lukas! 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 Wann ist der Link genug, was? Guck! Sind so mal, Junge! Na, feuch, dass du es mit links auch kannst! Ja! Stau! Du weißt, Frau und wenn da wohl kannst, du dich abrann mal! Ach, ach, ach! Ach, ach, ach! Ach, 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 ach! Erinn! 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 Oh, Mann! Niklas, Olympall, schnell! Ja, Olympall! Komm, nach vorne! Nach vorne! Merkussball, eh! Hey! Dürmer! Erinn! Ihr habt es nicht an! Sucht euch was! So! Gut reagieren! Ja, komm, 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 Stefan! Den hast du, den hast du! Ja, passt, Stefan, sehr gut! So! Alexander! Schau auf die Linie! Alles! Ich kann reden, ne! Hey! Hinter dir! Ja, Alexander! Ja! Alexander! Ja! Lukas! Rauslaufen! Nicht zurückgehen, okay? Hey! Rauslaufen! Nicht zurückgehen! Nein, raus! Im Gegengehen! Nicht zurückgehen! Kinder! Hey! Was ist jetzt, Jungs? Lassen wir den Ball unten und spielen wir wieder schneller! Nein, 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 nein! Du musst die Namen nehmen! Du musst die Namen nehmen! Walde! Lassen wir den Ball unten und spielen wir schneller! Lassen wir den Ball unten und spielen! Bewegen! Wir stehen ja nicht zur Pfarrinung! Lassen wir den Ball! 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 Warte! Kriegen wir den Ball! Warte! Lukas! Die Situation kommt, gehe mit Läufeam entgegen! Hey! Nicht zurückgehen! Läufeam entgegen! Ich weiß jetzt, wie du heißen. Ich weiß jetzt, wie du heißen. Klamis. Nimm mal nächstes Mal Mollet. Kostvoll. Er heißt Klamis. 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 Steffan, gehst du heute wieder nach, oder? Jetzt geh! Baldi, Baldi, Baldi! Hey, hey, Ruhe! Das ist das Bisschen, hat das was mit dem Fußball zu tun? Dicker, Fein einnehmen! Spiel! Sehr schön. Philipp Schauhe! Alsby! Alsby! Ronio! Roni! Alsby! Darfst du nicht beruschen? Ich habe Freistoß noch gemacht. Noch, geh! Müller! Steffan, Rüscher! Spielen! Spielen! Okay, geht schon! Geh mal, geh mal, geh mal! Schau an die Seite! Und spiel vor dir! Ja! 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 Gut! Warte! Warte! Nächste Unterbrechung! Da kommst du noch einmal rein alle vier! Nächste Unterbrechung! Ich hab zum Platz! Da hab hier einen Sack! Da hab ich denasten! Alle Sack! Ich bin Point oder was? Ja! Wir ballen hart, right? Halt mal! Schau mal her! Schau mal her! Schau mal her! Ach, wer, schau mal! Wer ist jetzt da als dritter rausgegangen? Nein, nein, nein. Einer von den zwei. Schau, andere Seite. Das ist schon sieben. Der. Welcher? Ja, geht mal gut. Wie lange haben wir noch? Ich schaffe eine Gurkage. Philipp, nächstes Mal geht es zu ihm. So, machen wir den Gurkage. Der. Der. Der Ball ist nicht da. Den holen wir dann schon runter. Auf die Bank draufstehen. Der inefficient auf die Bank. Anders ist das nicht so hoch. Das war der bubblegelzahre. Wenn man nicht so hoch hat, der aus dem Berg nicht so hoch ist, der aus dem Berg nicht so hoch ist, Der auf den Bergsteil ist der Alltag auf der페ist. Hermin, Hermin, komm! Geh auf und weiter geht's! Das ist, wenn man nicht konzentriert, dann alle wieder nach! Was ist passiert? Nicht durch die Mitte! Spielen wir jetzt wieder Fußball? Ja, sehr gut! Ja, aber nach vorne! Jakob, mach auf, zeig den! Aber wieder zurück, Gegspieler übernimmt! Der Rest ist deiner! Die Tür ist deiner, oder? Ja, am Ende wird, doch... Was ist passiert? Was ist passiert? Du bist sicher und nein! Was ist passiert? Was ist passiert? Hörst du? Hörst du ingredients! In der Mitte? Ja! Das war der Wettbewerb, das war der Wettbewerb. Ich hab Kopf gewöhnt. Ja, ja, ja. Ich stöpfe mich. Ich stöpfe mich. Ich stöpfe mich. Ich stöpfe mich. Ah! Ich stöpfe mich. Ich stöpfe mich. Ich stöpfe mich. Komm, Philipp, komm. Aufspielen! Rittern, wie lang haben wir noch? Ja. Hier. Jetzt schon, komm. Aufstehen alle. Wir machen einen Dreierdorf. Wir drehen einen Drehdorf. Komm. Ja, sehr gut. So, Nico! 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 Und Stefan! Komm! Komm! Wir machen den Drehdorf. Wir machen den Drehdorf. Komm! Komm! Hook! Komm! Firmen hab dir die Fahrzeuge des Rotårs! Glocken Flüsデihi! Müll und Fleuchtenütcribed! Das ist für mich zufrieden. Foll und Fleuchten! Das G chasing sich darin. Rumpf, Scheiß, Geiß! Leder! Fuhre, Kahl, Fuhre, Kahl! Ja? Ich komme fast alle gegen einen! Komm, Sie sind ja fein! Nein! Komm, warte auf! Schau in die Mitte! Dritte, wie lange? Philipp, Philipp, komm! Ate, geh! Philipp, komm zu mir! Schneller! Toni! Was machst du? Philipp! Philipp, komm her! Philipp, magst du morgen spielen? Ja, oder? Dann hör auf, damit du kommst du mir! Schieb den Ball rein! Nicht drauf an! Schieb ihn rein! Was hab ich euch gesagt in der Kabine? Oh, ich hab mal! Was hab ich euch gesagt in der Kabine? So! 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 Ja, mag mal schnell Symmeter schießen! Gut! Geht schon alle rein! AGAT! Ja! Ich hab ich euch gesagt in der Kabine!